Wir kennen das nicht, im Leben möchten wir alle erfolgreich werden, wir möchten unsere finanzielle Situation auf ein neues, nächstes Level heben, wir möchten einfach diese ganzen Sachen, die wir uns träumen, erreichen. Aber es gibt immer wieder Hürden und das ganze Problem dahinter ist, weil wir Blockaden haben und diese Blockaden nicht gelöst haben, dass wir schnell zu unserem Ziel kommen. Und da kommt diese geführte Quantensuggestion mit einer Quantenmeditation ins Spiel. Sie hilft dir genau diese Blockaden aufzulösen. Das Ganze läuft durch mehrere Phasen. Die erste Phase ist eine Induktionsphase, dann eine Vertiefungsphase. Die nächste Phase ist, wo du in die Quantenwelt eintauchst, dich der verschiedenen Variablen öffnest und dann wird das Gehirn neu programmiert, weil die ganze äußere Welt ist in Wirklichkeit ein Spiegel deiner inneren Welt. Und wenn wir in der inneren Welt an den kleinen Schrauben drehen, ändert sich etwas in der großen äußeren Welt. Auf jeden Fall kommen dann verschiedene Quantensuggestionen. Also es sind so 10 bis 15 werde ich dann mit dir durchgehen. Und diese sind eine Art Neuprogrammierung. Da es dann eine normale Suggestion ist, so etwas wie ich bin gesund. Aber das Problem bei normalen Suggestionen ist, das Gehirn muss das 90.000 Mal hören. Das dauert in der Regel vier Jahre, bis das Gehirn wirklich ankommt. Aber in der Hypnoseforschung weiß man mittlerweile, dass Bilder gekoppelt mit Emotionen sofort eine Wirkung erzielen. Und da kommen eben die Quantensuggestionen ins Spiel. Das heißt, in der Quantensuggestion nehmen wir eine Metapher, also ein Bild mit einer Geschichte, wo eine Emotion drinsteckt. Und damit aktivieren wir sofort dieses neuronale Muster, setzen damit unsere Programmierung direkt da drauf, unsere Programmierung und verstärken das mit verschiedenen Sachen, die ich dich gleich als Beispiel nennen werde. So wie die Bäume ihre Blätter im Herbst loslassen, so lasse ich Ängste und Zweifel los und vertraue darauf, dass ich in meinem Leben erfolgreich bin. So wie der Adler hoch am Himmel fliegt, fliege ich hoch in meinem Erfolg und vertraue darauf, dass ich mein volles Potenzial entfalte. So wie die Erde Früchte hervorbringt, bringe ich erfolgreiche Ergebnisse hervor und vertraue darauf, dass ich meine Fähigkeiten und Talente voll ausschöpfen kann. So wie ein Samenkorn, das zu einem mächtigen Baum heranwächst, wachse ich in meinem Erfolg und vertraue darauf, dass ich beständig und stark bin. Und da gibt es wie gesagt 10 bis 15 verschiedene dieser Ansätze, die dein Erfolgsbewusstsein, dich von den Blockaden befreien und dich da hinführen. Diese werden dann dreimal wiederholt und das kannst du dann mehrmals hören und wirst damit sozusagen deine Unterbewusstsein darauf programmieren, dass du noch erfolgreicher bist. Du kannst diese Meditation kostenlos testen in unserer Brainwave 3D App in der Kategorie Selbstprogrammierung. Ich wünsche dir jetzt schon mal viel, viel Freude dabei und wir sehen uns im nächsten Video wieder.